zim 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 und einer vorrat für den kommenden zwerg guti ich schaue es mit unserem zwerg nummer eins aus der schwertkämpfer 28 ist haben wir neue nahkampfbücher nein haben wir kletterer bücher oder müller bücher da müller nutzen 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 wir brauchen nur irgendwann mal stein kletterer haben wir nicht und der rest bekommen keines bücher weil er nicht so einen tollen heimat so 46 sekunden ich lasse mal doch ich lasse mal schneller laufen damit die zwerie aufträge abklappern können und dann kriegen sie ich weiß noch nicht von wo das ding kommt stimmt könnte auch recht sein das portal wir hatten bisher noch mal pech dass es derselben richtung kamen wie die evoks und die nächtlichen skelette und was weiß ich von 4 3 2 1 und rechts von uns sammeln hier die hol der ist dabei aber der macht nichts kein zwerg kommt ach die haben wir diesen komischen back super zwergen funkel die warten nämlich alle jetzt es gibt nur ein zwerg sehr komisch ja das muss wieder weg tötet einfach stopp 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 erst mal das da bauen komm schon einer von euch genau du du siehst aus als hätte sowas vor haben wir versuchen diesmal nicht auf bogen auszuweichen unsere zwerge wollen beweisen wie zwergisch sind nachdem sie aus ihrem wollbett decken ausgerollt sind töten ja also das geht richtig gut das geht richtig gut Er braucht schon Bögen. Da, 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 da. Ah ja, er sei ziemlich laut so. Von links kommen auch Skelette, aber die kommen nicht an die Tür, weil die Tür zugeschneit ist. Sollten wir demnächst auch noch behoben, äh, beheben. Wir haben jede Menge Skelettknochen. Und wir haben hier drei Beholder, die sogar auch mal angreifen. Das ist neu. Sammeln hier. So, alles schön sammeln und dann versuchen wir die mal einfach anzugreifen. Hanta-Mata! Weg mit dir. Ah, das dauert schon ein bisschen länger als ein Skeletter. Aber das greifen auch nicht alle an, warum auch immer. Und das Ding wehrt sich nicht. Ah, das ist echt so. Das sollte unbedingt in den nächsten Patches berufen werden. Danach dich auch noch töten, ist gut. Weil so ist das ein bisschen witzlos. Das heißt, wenn die Wellen stärker werden, es kommt immer mehr Beholder. Es ist eigentlich sogar einfacher, weil die Beholder halt nichts machen. Ah, jetzt macht er mal was. Oh, vielleicht müssen sie mal kurz off-camera sein. Also, ne? Nicht im Fokus und dann werden sie aggressiv. Ja, jetzt greift er an. Sehr dubios. So oder so, tot das Ding. Alles abbauen. Portal geschlossen. 48 Minuten Zeit. Und es hat nicht ganz gereicht, aber das ist okay. Das hier soll bitte alles weg. Und dann töten wir morgen früh. Die spawnen ja gleich. Die Goblins hier. Also, ne? Das wollige, bogenbestückte Pendant zu den Goblins. Hunter! Genau. Doppelte Geschwindigkeit, damit die ganzen Ressourcen reingetragen werden können. Hunter! Wer ist immer da? Äh... Vielleicht sollten wir auch erstmal schlafen. Jedenfalls ist der hier. Wilde Zwerg. Geh schlafen. Hier, töte den da. Hunter! Genau. Da ist alles weg. So, wie war die beste Methode jetzt? Wir machen hier einen Sammelspruch. Dann machen wir hier ein Portal. Dann machen wir einen Angriffsbefehl auf die da. Und heben das Horn auf. Wir müssten eigentlich alle in das Portal reinrennen. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Alles töten. Und das ist auch komisch. Eigentlich müssten die Puschel-Wuschel-Dinger da, sobald einer für dich angegriffen werden, alle Akkus werden. Tun sie aber nicht. Die lassen sich jetzt nach und nach abschlachten. Warum hast du keinen Helm auf? Ausrüstung. Hä? Hier haben die überall einen Helm. Du da! Stopp! F1. Nein, er ist geflohen. Da. Wähle Zwerg. Rohrinden. Rohrin hat einen Helm auf. Ah. Okay. Aufgabe geschafft. Stille Ausrüstung her. Sehr komisch. Also das Spiel ist sehr cool. Das macht auch Spaß. Aber was die Bugs angegeht, ist da doch noch einiges. So, den da töten bitte und den da töten. Dann reicht es doch erstmal. Der ist doch noch weg. Hand aber da. Ja. Holz brauchten wir. Ah, ja. Später. Wir hatten hier unten noch eine Mining Aktion gelaufen. Und überall schon wieder genau die gleichen Fehler, die ich eigentlich nicht machen wollte. Ihr kriegt jetzt hier ein Portal. Dann geht er da durch. Also ich wollte eigentlich nicht wieder direkt zu den Adern gehen, sondern ich wollte richtig Strip-Mining betreiben. Aber das ist dann doch zu zeitintensiver. Und ich bin zu gierig. Ich will zu schnell die Ärzte haben. Naja. Primär denke ich einfach, dass es zu langweilig wäre dazu zu gucken, wenn ich hier immer jeden Gang wieder zumache. Aber naja. Ja, du Eisen. Erforsch die Tiefen. Ganz knapp davor. Tick-Bomb. Äh, genau. Den tollen Dekospiegel. Du. Du bau da einen tollen Dekospiegel. Und blablab. Nö. Entferne den tollen Dekospiegel. Bau den nächsten Dekospiegel. Nein, Farbe. Bären, Harz und Wasser. Farbe, 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 Farbe. Immer noch nicht. 31.660 von 32.000. Stoff braucht Wolle und Farbe. Haben wir Wolle? Jo. Stoff, Stoff. Dekbomb. Komfortbett. Hä, was? Da. Holz haben wir keins. Großer Tisch. Dafür haben wir genug Holz. Weil wir Planken haben. Und dich und dich. Und die letzten zwei Stücken Holz. So. Einer. Dafür hätte ich eigentlich ganz gerne noch ein paar mehr. Für die verschiedenen Essensarten. Aber das braucht Zeit. viel Holz hätte ich gerne. Hier. Portal. Holz, Holz, Holz. Die Grabstelle bleiben da. Das ist ein schöner Ertrag an Erfahrungspunkten. Der Baum kann auch noch weg. Doppelte Geschwindigkeit. Deckbaum. Ehhh. So. Fischeintopf. Bräuchten wir nur Fisch für. Haben wir denn schon eine Angel? Ich denke nämlich nicht. Doch, eine müssen wir gebaut haben. Okay. Dann brauchen wir jetzt nur Wasser. Das wir gerade weggefischt haben. Und unser Teich ist nicht wirklich wieder angelegt worden. äh, Eis da Eis so, ich hätte gerne da Eis da eigentlich auch Eis, aber da ist so ein doofes Ding im Weg du will jetzt wieder Kontrolle übernehmen du bleibst jetzt hier stehen und wirst nass 3, 2, nass 3, 2 3, 1, nass sehr gut ich hoffe mal, dass er dann gleich einfach angeln kann es kann auch ganz gut sein, dass die Teilchen eine bestimmte Größe brauchen, bevor wir Fische drin sind und vielleicht müssen wirklich optisch Fische da sein, um auch angeln zu können oh, das könnte mir schon zu viel werden lauf ja befreien so ne, kannst du, ah, Fische Fische komische Fische aber Fische sehr gut das Ganze hätten wir nochmal gerne hier unten, nachdem das ganze Zeug weg ist da ein Block blauer Eis wie Scarfoldings hätte ich gerne durch richtige Leitern ersetzt nein, 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 nicht so 1, 2, 3 so äh, die Leiter da steht zum Bittöten der macht ihm die Tür kaputt wie schaut's mit dem Holz da hinten aus Portal ist weg meine Jungs sind aber auch schon weg gut, gut, gut ein Fisch mehr Eis warum liegt da eine Leiter sehr komisch komm, weiter fischen wir brauchen zwei Fische für die Fischsuppe wusch gut also ein 2x3 Feld scheint zu reichen und es kommen wohl auch mehrere Fische raus ich hoffe mal die respawnen regelmäßig so, Eisblock nur 1 2, 3, was auch immer ich hab nix zu tun, ne ok, mach mal das da weg und das da weg und das hier oben alles weg level aufgestiegen 3 Schreinerlehrbücher und 4 Feuerstellen was ok ausrüsten du äh Helm Schuhe hast keine Leiterrüstung das müssen wir uns merken Schwert Eisenachs keine Eisenpicke sonst ist ok raus so mehr Wasser äh dich weg dich zu 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 was macht ein Huhn hier unten drin also ja, unsere Minen sind sehr, sehr skurril oh, und er hat keinen Fisch noch, wo kein Fisch drin ist ne, nicht wirklich, gut du weg du weg du weg du weg mein Name ist Kaffoling so mhm Jackbaum das haben wir ein schönes wir brauchen einen großen Tisch dafür brauchten wir Holz das hatten wir schon gebaut wir haben es doch noch nicht gesetzt ok wir hätten gerne hier einen großen Tisch wir hätten gerne hier einen großen Tisch und wir brauchen ein neues Essen auf den Tisch da und da da Fleisch, 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 Fleisch Fett, 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 Fett fett komm schon wir brauchen den Tisch und unsere Fischsuppe könnten wir auch schon mal anfangen Fischblätter 2 Stück Kohle Das ist dekadent Bringt aber auch 10 Fische Okay Wenn es denn fertig gekocht ist Wir könnten unseren ganzen Feuerstellen mal hier unten aufstellen Also die, die wir geschenkt bekommen haben Die da 1, 2, 3 4, 5 Das ist eine Menge Okay Die Werkbank da kann weg Die Feuerstelle da kann weg Können wir da fischen? Nein Hm Du weg, du weg Ist das Zufall, dass jetzt nur hier ein Fisch ist Oder hat das was mit den Blasen zu tun? Weil hier ist anscheinend eine Luftquelle Und dadurch können vielleicht die Fische leben Und hier nicht Sehr komisch Okay, müssen wir im Auge behalten Du weg, du weg, du sterben Du weg Hier im Portal Du weg, du weg, du weg Zu Zu, 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 zu Fischen Es wird eine Mammutaufgabe Es wird eine Mammutaufgabe Die Minen sauber zu halten Können ja nicht mal unsere Türen hier sauber halten Und irgendwie schaffe ich es immer wieder Die Tür aus der Hotbarleiste raus Die Tür aus der Hotbarleiste rauszunehmen Obwohl ich doch genau weiß So Shop 24 Münzen Wir könnten uns jetzt schon die Steine da kaufen Aber ne, ist Verschwendung Lager 50 Goldmünzen Wenn ich 50 Goldmünzen hätte Wäre ich fast in Versuchung Das Ding umzulagern Weil es da doch echt Komisch steht Inzwischen haben wir zwei Die sind auf dem Dach Müssen wir echt vorsichtig sein Das Ding umzulagern Das Ding umzulagern Das Ding umzulagern Das Ding umzulagern